Der Bericht, Sir, über den Einbruch in der Kingmaker Street. Kränkeln Sie es, Sergeant Fork. Keineswegs, Chefinspektor. Wie sollt' ich? Ihre Eile hat etwas Fieberhaftes. Sonst muss ich auf Ihre Berichte Wochen warten. Ich gehe morgen in Urlaub, Sir. Ach, ach ja. Werden Sie verreisen, Sergeant? Na, Harrick Castle, Sir. Harrick Castle? Ah, war im vorigen Jahr in der Gegend. Sie sollten im blutigen Richard wohnen. Akzeptables Hotel. Allerdings, für Sie wohl etwas teuer. Kein Hotel, Chefinspektor. Ich bin Gast des Schlossherren. Direkt auf Harrick Castle. Bei Lord Harrick? Sergeant. Seine Lordschaft freut sich auf meinen Besuch. Ach nee. Und danach hat die Queen Sie auf ihrem Sommersitz nach Schottland eingeladen. Sie belieben zu scherzen, Sir. Oder? Sergeant. Die Polizei hat keine Leute. Arbeiten Sie gar im Urlaub? Vielleicht als Bewacher oder als Detektiv bei Lord Harrick? Schwarzarbeit. Sie? Das dürfen Sie nicht als Beamter. Aber Chefinspektor, ich bin Gast seiner Lordschaft. Ich darf seine Bibliothek nutzen. Es ist die umfangreichste Grusel-Krimisammlung des Empires. Wenn ich aus Ihrem Mund schon das Wort Krimi höre. Und seine Lordschaft hat natürlich nicht den kleinen Sergeant Falk eingeladen. Woher sollt er den kennen? Ach so. Dann reisen Sie also als... Jawohl, Sir. Ich reise unter meinem Pseudonym als Schriftsteller. Als der nicht mehr ganz unbekannte Autor Conan Coyle. Sergeant Falk. Sie kennen meine Meinung über Ihre literarischen Ambitionen. Mich wundert nur, dass ein Lord Harrick... Seine Lordschaft versteht etwas von guter Literatur. Nur gut, dass Sie ein Pseudonym benutzen. Sie wollen also einen Leseurlaub machen? Einen Studienurlaub, Sir. Ich plane einen neuen Kriminalroman und darin sollen... Gut, gut, Sergeant. Lesen Sie. Lesen Sie. Nur eins. Bleiben Sie der Schriftsteller Conan Coyle. Selbstverständlich, Chefinspektor. Bitte, werden Sie nicht Kriminal, Sergeant. Witten Sie keine Verbrechen. Auf Harrick Castle heult allenfalls ein Schlossgespenst. Keine Eigenmächtigkeiten, wenn ich bitten darf. Keine Alleingänge, Sergeant. Aber Chefinspektor... Lord Harrick dürfte dafür wenig Verständnis zeigen. Und er ist ein einflussreicher Mann. Ich werde keinen Grund haben, mein Inkognitor zu lüften. Gespenster morden nicht, Sir. Auf Ihre Krimis, mein lieber Conan Coyle. Ich habe Sie alle gelesen. Mülleroth beschenkt mich, dass ich Ihre Gastfreundschaft genieße und Ihre Bibliothek benutze. Aber ich bitte Sie, ein Schriftsteller von Ihrem Format. Ich habe da eine Frage. Mülleroth, Sie arbeiten an einem neuen Krimi, diesmal mit okkultem Touch. Das Gruseln verkauft sich so gut. In der Tat, mein lieber. In der Tat. Wissen Sie, dann müsste er ja auf einem Schloss spielen. Gewiss. Und natürlich auf einem Englischen. Natürlich. Und könnte er nicht auf meinem Schloss spielen? Auf Harrick Castle? Warum nicht? Hier sehen Sie, mein Lieber. Das bietet sich doch geradezu an. Eric Castle ist nicht nur uralt und zutiefst englisch. Nein. Es hat auch einen Fluch. Ah. Einen 500-jährigen Fluch. Bemerkenswert. Vor 500 Jahren. Das war noch in den Wirren der Rosenkriege, müssen Sie wissen. Vor 500 Jahren hat ein Lord Herrick seinen Nachbarn erschlagen. Einen Lord Redford. Redford? Einen Vorfahren von Lady Redford auf den Nachbarn schloss. Ja, aber das war Notwehr gewesen. Und dennoch hat der sterbende William Redford, meinen unglücklichen Ahnherrn, mit einem dreifachen Fluch geschlagen. Dreifach? Ein dreifacher Fluch. So steht er in der Chronik. 100 um 100 Jahre, die Rache immer da. Es sei für diesen Degen Stoß dein Haus, namenlos, dein Arm, wehrlos, dein Leib, leblos. Ein schöner Fluch. Ja. Und seitdem findet der unglückliche Richard Herrick keine Ruhe. Alle Jahre muss er in der Unglücksnacht erscheinen. Mal mehr, mal weniger. Ist das der blutige Richard? Mhm, so hat ihn das Volk getauft. Tja, und übermorgen nun jährt sich die Tat zum 500. Mal. Das ist ein Jubiläum, wenn man so sagen darf. Der 500. Jahrestag. Melord, das hat nicht jedes englische Schloss zu bieten. Echt wahr, mein Lieber? Welch hat die Publicity? Publicity? Nur weil es Touristen bringt. Schlossbesichtigung ein Pfund, Picknick im Park zwei, Lunch in der Folterkammer vier Pfund. Kinder und Soldaten Ihrer Majestät zahlen die Hälfte. Das ist ja, das ist ja ein echtes Unternehmen. Und das sind nur die Tagestouristen. Aber wissen Sie, was für ein Angebot ins Haus steht? Woher sollte ich? Mr. McCormann hat sich angesagt. Das amerikanische Reisebüro? Der Junior-Chef, persönlich. Er sucht ein englisches Schloss. Die Leute wollen doch nicht verkaufen. So pracht. McCormann will hierzulande ein Hotel einrichten für Snobs aus den Staaten. Dann wäre ja Harry Castle mit seinem dreifachen Fluch genau das. Ich hoffe ebenfalls, lieber Keul, dass der Fluch alle Konkurrenz schlägt. Selbst Dieter Lady Redford. Ihre Nachbarin wäre Konkurrentin? Die will jetzt auch ins große Touristengeschäft. Hat sie auch einen Fluch? Keine Spur, nicht mal ein kleines Hausgespenst. Allerdings ihre Diamanten. Eine große Sammlung. Und die stellt sie neuerdings zur Schau. Eintritt ein Pfund, will mir die Besucher weglocken. Und wissen Sie, wie die Steine gesichert sind? Nein. Die ganze Ortspolizei muss rund um Wache stehen, wo wir so schon keine Leute haben. Nun, der blutige Richard wird sich wohl selbst beschützen. Na ja, unter uns gesagt, ein Fluch muss natürlich gepflegt werden. Gepflegt? Ich habe unlängst einen Professor für Parapsychologie engagiert. Dafür gibt es doch keine Professur. Aber ja. Und der Professor sagt, er sei drüben in Amerika eine Kapazität. Sie werden ja bei Gelegenheit... Nein, Sie werden sogar gleich Gelegenheit haben. Es ist nämlich einer, der da so unenglisch anrast. Euer Lord-Chef, in der Bibliothek. Hat sich der Urahn gezeigt? Der wird doch erst übermorgen erwartet. Die Chronik, Milard. Was? Ist fort. Sie meinen gestohlen? Ich würde an den Fluch denken, Milard. Sehr Unsinn. Der Einband ist mit Steinen besetzt. Sehr Fluch, Milard. Diebstahl in meinem Haus. Sie denken an simplen Diebstahl. Simpel hochkarätige Steine, Professor. Ich sagte simpel, weil ein Diebstahl etwas Simples wäre. Es wirkt hier doch der Fluch. Deuten Sie das Zeichen. Dein Haus namenlos. Wenn die Chronik verschwindet, ist es ein Haus ohne Namen. Der Fluch beginnt sich zu erfüllen. Na ja. Sie verstehen sich darauf. Aber was soll ich denn? Sie sollten die Polizei alarmieren. Sie sind ein einflussreicher Mann. Wenn sich die anderen Teile des Fluches noch erfüllen, alles, was Uniform trägt, soll herrlich schützen. Sie verzeihen meine Einmischung, Herr Professor. Was sollte die Polizei gegen Geister ausrichten? Nein. Keine Polizei. Jetzt strömen die Touristen zum Jubiläum und Mr. Meckermann hat sich angesagt. Unser Dichter hat recht. Das ist Ihr Fall, Professor. Wenn ich Sie recht verstehe, Mr. Meckermann, wollen Sie in unserer Gegend altenglische Schlösser für Ihr Reiseunternehmen pachten? Ein Schloss, Milady. Vorerst nur ein Schloss. Und da ist Ihre Wahl auf Redford Castle gefallen? Ich habe mich noch nicht entschieden, Milady. Es wäre aber eine gute Wahl. Historische Größe und Schönheit. Sehen Sie? Einzig. Einzig. Die Redford'sche Diamantensammlung. Ich mache sie seit einiger Zeit auch den gewöhnlichen Touristen zugänglich. Ich sammle selbst. Ich verstehe was. Das ist... Die Lady, das ist... Das ist schön. Eben, Mr. Meckermann. Hier könnten Ihre Gäste das Essen einnehmen. Umgeben von Diamanten. So speist nicht einmal die Queen. Gewiss. Eine Offerte für Verwöhnte. Aber unsere Kunden sind schon so verwöhnt, sie wünschen von Altengland noch etwas. Noch mehr? Sie möchten sich auch etwas gruseln. Gruseln. Natürlich auf die feine englische Art. Dann, Mr. Meckermann, bauen wir eben den Folterkeller zur Bar aus. Oh, Folterkeller. Ich dachte eigentlich mehr an so eine Art Geist, wissen Sie. Haben Sie keinen spukenden Juan? Das müsste man inszenieren. Es sollte eigentlich ein echter Geist sein, wissen Sie. So was wie der blutige Richard bei Ihrem Nachbarn, Herrick. Ich denke, Sie kommen aus den USA. Da glauben Sie an derartigen Mumpitz? Man hat mir aber versichert, Milady. Das ist Reklame. Alles Reklame. Herrick schreckt vor nichts zurück. Wie sein Ahnherr hat sich gleich in den Vorstand der Gesellschaft historischer Städten Altenglands wählen lassen. Wohin bitte? Um in Ihrer Sprache zu reden. In unserer Gewerkschaft der Schlossbesitzer. Aber ich werde seine unseriösen Tricks entlarven. Dennoch möchte ich mir einen persönlichen Eindruck von Harry Castle verschaffen. So? Danach werden Sie mir recht geben. Vor 500 Jahren konnte der blutige Richard meinen Ahn erschlagen. Sein Nachkomme wird eine Redford nicht niederkonkurrieren. Der nicht. Verzeihen Sie, Milady. Was will der Polizist in der Halle? Werde ich observiert? Nicht Sie. Man bewacht die Diamanten. Sie sehen die halbe Polizeistreitmacht des Ortes zum Schutz der Ausstellung. Und technische Sicherungen? Reichen nicht aus. Sind erst bestellt und werden nächste Woche installiert. Seien Sie unbesorgt. Wenn Ihre ersten Gäste eintreffen, sind die kostbaren Steine elektronisch gesichert. Hier entlang, mein lieber Mr. Meckermann. Ein schöner Altbauer, Sir. So was suchen Sie doch für Ihre Kunden, nicht wahr? Ein Schlossgespenst, Hürte. Haben Sie noch als Zugabe? Sie meinen den unglückseligen Ahnherrn. Ja, der erscheint zuweilen. Erst gestern hat er die Familienchronik ausgeliehen. Aber das gerade hebt ja Harry Castle heraus. Die feine Art des Gruselns. Unbedingt, Sir. Aber wenn ich an die Diamanten Ihrer Nachbarin denke... Aber mein lieber Diamanten gegen den Geist der Geschichte. Und dann der Geist der Gegenwart. Im Augenblick war er zum Beispiel der berühmte Conan Coyle auf Harry Castle. Der Autor des Jahrhundertgremis. Keiner will die Leiche sein? Sie müssen mich unbedingt mit ihm bekannt machen. Gern, Mr. Meckermann. Recht gern. Ja, und jetzt zur Ahnengalerie. Hier bitte. Auf, Vorsicht! Stufe. Hier wandelte einst Heinrich der Sechste. Verstehe. Der mit den acht Frauen. Nun, Heinrich der Sechste hatte nur einige Malen und führte ein strenges Leben. Sie meinen Heinrich den Achten. Der hatte sechs Frauen. Und führte vermutlich ein sehr angenehmes Leben. Diese Bilder, das ist die lange Reihe der Herrigs. Hier das Bild des Richard Herrig, des vom Fluch geschlagenen Vorfahren. daneben das Schwert der Familie. Welches Schwert? Na hier, wo? Was soll das? Wo ist das Schwert? Das Familienschwert ist fort. Hat sich vielleicht auch der Ahnherr ausgeliehen, sah? Mein Gott, der Fluch. Dein Arm, wehrlos. Sollte tatsächlich... Mr. Coyle, Sie sind Krimi-Autor? Schreiben auch Grusel-Krimis. Man muss mit der Mode gehen, Herr Professor. Sind ja im rechten Moment auf Harry Castle. Ja, da haben Sie recht. Die Bibliothek ist einzig. Ich wünschte ich... Ich dachte mir an die mysteriösen Vorkommnisse. Sie meinen die Diebstähle, die Chronik und nun auch das Schwert. Sie denken wie der Lord Diebstahl. Diebstahl. Na immerhin, der Buch-Einband und der Schwertgriff waren mit wertvollen Steinen besetzt. Der Lord meint, das hätte Lady Redford angestiftet. Ach was. Konkurrenzangst. Der Lord hätte ebenso gut auf den Herrn mit dem unmöglichen Jackett tippen können, auf diesen Megaman. Soll bei uns in den Staaten ein großer Edelsteinsammler sein? Brauchte sich nur einen Langfinger gemietet zu haben. So. Megaman sammelt ebenfalls Steinchen. Das wusste ich nicht. Können Sie wieder vergessen. Der was auch nicht. Ich werde Ihnen sagen, was hier geschieht. Der Fluch der Harrix erfüllt sich am letzten des Geschlechts. Dein Haus? Namenlos. Die Chronik verschwindet. Dein Arm? Wehrlos. Das Schwert ist fort. Dann stünde jetzt also der dritte Fluch ins Haus. Sie spotten, Mr. Keul, aber ich sage allerdings, dein Leib leblos. Es riecht nach Blut und er lacht. Will mir nicht glauben. Aber, aber, Herr Professor. Gespenster morden nicht. Und Sie wollen Gruselkrimis schreiben, Keul? Ihnen fehlen ja die elementarsten Kenntnisse des Okkulten. Was wollen Sie denn seiner Lordschaft raten? Sofortige Abreise, Drudenfüße oder den Priester holen. Die Polizei muss her. Polizei gegen Gespenster. Und Sie sind Parapsychologe. Eben deshalb sage ich das, Mr. Keul. Es gibt eine Grundregel. Gespenster lieben das Verbrechen, aber Sie fürchten die Polizei. Nein. Ja. Das ist nämlich mein Spezialgebiet. Habe darüber geforscht und publiziert. Nehmen Sie Ihren Scotland Yard. Uraltes Haus. Ist da je was Übersinnliches geschehen? Höchstens, wenn die Beamten ihre Erfolgsmeldungen abfassen. Die Polizei muss her. Vielleicht hört er laut auf Sie. Sie müssen ihm das auch klar machen. Dass ich gerade Sie in England hab treffen dürfen, Meister. Aber, Mr. Meckermann... Nein, Sie wissen nicht, was es mir bedeutet. Conan Keul persönlich. Ich verschlinge Ihre Bücher. Und unser Unternehmen empfiehlt Sie als Reiselektüre. Oh, das ehrt mich. Aber auf Harry Castle brauchen Sie keinen Krimi zu lesen. Mir geraten Sie selbst in die Rätsel. Nicht wahr? Ich finde das auch alles sehr merkwürdig. Was sagen Sie denn als Kriminalauto dazu? Ich weiß nicht recht. Wer hätte schon Interesse? War doch der Lord selber. Will sein Schloss interessant machen? Hausgeist als Langfinger? Und alle Schlösser sollen interessant sein, wenn ein Meckermann kommt. War der Lord glasklar? Hätte sonst längst die Polizei geholt. Meinen Sie? Ja, tot sicher. Er weiß genau, dass niemand gestohlen hat. Brauchte also keine Polizei. Wäre ein Stoff für Sie, Meister. Vielleicht betrügt er noch die Versicherung. Erinnert mich an Ihren Roman. Keiner meuchelt so wie du. Aber der Professor Rowland sagt, der Fluch erfüllt sich. Hören Sie auf mit dem. Das scheint erst ein Windhund zu sein. Lässt sich von Harry für Imagepflege in Gruselrichtung bezahlen. Erinnert sehr an die brillanten Lady aus ihrem Buch. Zwei blaue Bohnen für dich. Und das war ein Krimi. Kennen Sie den Pfarrerpsychologen? Sehen Sie, Meister, das ist auch so eine Merkwürdigkeit von Harry Castle. Ich hätte wetten können, dass ich den kenne. War mal eine Transaktion in den Staaten. Will ihn hier begrüßen, wie ich ihn sehe? Da kennt er mich nicht. Hätte mich nie gesehen. Dann haben Sie sich geirrt. Das ist doch wohl nicht möglich. Er bleibt aber merkwürdig. Steckt sicher mit dem Lord unter einer Decke. Können Sie daran vorbeigehen? Wieso ich? Ein Krimi-Autor kann an keinem Rätsel vorbei. Haben Sie selbst beschrieben, in Wer stirbt hat mehr vom Leben. Wollen Sie nun Eric Castle pachten und als Nobelhotel einrichten? Ich glaube nicht. Unsere Kunden wollen sich in England etwas gruseln. Aber nicht die Preziosen verlieren. Sie sind doch ein Detektiv, Mr. Coyle. Was? Ich? Detektiv? Wissen Sie, Mülot? Mein Lieber, ich meine, jeder gute Krimi-Autor hat detektivischen Spürsinn. Ach so, ja, ja. Den muss er wohl haben, schon um die Honorare einzutreiben. Deshalb wäre mir Ihr Rat jetzt so wichtig. Mülot. Ich bin ein geschlagener Mann. Sie sind Zeuge. Uralter Besitz verschwindet. Dann zeigt sich dieser Meckermann auf einmal zurückhaltend. Sehr zurückhaltend. Und jetzt, Mr. Coyle, sitzt dieser Flegel auch noch im Thronsessel. Der Herx und trinkt Büchsenbier. Aber, Mülot. In meinem Sessel, wo ich täglich um diese Zeit jeden Tag, lieber Coyle, die Börsenberichte zu lesen pflegte. Aber, Mülot, wollten meinen Rat sicherlich nicht darüber... Was? Nein, 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 natürlich nicht. Die Sache ist sehr delikat. Sie haben gesehen, erst die Chronik, jetzt das Schwert. Und nun fürchten Sie den dritten Fluch. Wissen Sie, ich kann daran nicht glauben. Noch dazu, wo der Professor eine so komische Theorie vertritt, gegen Geister hilft Polizeischutz. Was soll das? Dann sollten wir an die Edelsteine denken. Nicht wahr? Sehen Sie, das hab ich mir auch überlegt. Die Edelsteine. Und da käme nur eine in Frage. Lady Redford. Ah, ich kenne Ihre Nachbarin nicht, aber wird sie persönlich... Persönlich natürlich nicht. Das Schwert war elektrisch gesichert, das kann nur ein Spezialist. Aber heutzutage kann man doch alles kaufen. Und dann, mein Lieber, soll neulich Ihr Butler mitten in einer Touristengruppe gewesen sein. Der Kerl schielt so fürchterlich, der kann ja gar nichts mit... Warum sollte die Lady Ihre... Oh, 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 die hätte gleich zwei Motive. Diamantensucht und Geschäftsschädigung. Geschäftsschädigung? Sie will Meckermann, mein Harry Castle, vermiesen, damit er Ihren Kasten nimmt. Aber wenn das wahr wird, Mr. Keul, ich bringe Sie vor die prächtige Sieben. Vor wen? Vor den Vorstand der Schlossbesitzer-Gewerkschaft. Dann werden wir euch ja sehen. Und die Polizei? Nein, bloß nicht. Die schnüffelt herum und sperrt vermöglich die Touristen aus. Gerade während des Fluchjubiläums. Und wer ersetzt mir die Einnahmeverluste? Ja, was sollte ich Ihnen denn nun raten? Das ist eben sehr delikat. Das müsste ganz unauffällig sein. Was denn? Man müsste unauffällig herausbekommen, ob wirklich die Lady dahinter steckt. Wissen Sie nicht? Oder könnten Sie nicht selbst... Ich bin kein Detektiv. Na eben darum und doch ein Fachmann. Ich müsste darüber nachdenken. Hören Sie? Das kommt doch aus der Bibliothek. Kommen Sie, schnell! Meckermann! Helfen Sie mir doch! Kommen Sie, kommen Sie! Die blutige Richard? Die Statue! Sie... Sie hätte mich fast erschlagen. Um ein Haar. Wie ist das passiert? Weiß nicht. Trink mein Bier. Hör ein Geräusch. Da kommt die Figur. Ich hab mich zur Seite geworfen. Kolossales Gewicht. Der Sessel ist hin. Das Parkett muss repariert werden. Ich wäre kein schöner Anblick für Sie gewesen, meine Herren. Aber die State, die kann doch nicht von allein... Sie kann doch nicht von allein fallen. Das war ein Anschlag, der galt mir, mir! Wieso Ihnen, Milot? Ich sitze sonst hier jeden Tag, immer zu der Zeit. Dann wollte sie der eigene Vorfahrer... Schlagen, dein Leib, leblos. Nein, ich will nicht, ich will nicht! Telefon, Telefon! Hallo! 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 Herr Sergeant? Na, endlich! Wer? Na, hier spricht Loterik! Natürlich! Was ich will! Polizeischutz! Oh! Sind Sie der neue Polizist? Ohne Uniform? Aber dafür sind Sie so angenehm jung. Sie haben mich erwartet, Milady? Selbstverständlich, junger Mann. Es geht ja wohl nicht an, die Wache von Redford Castle abzuziehen. Aber ich habe am Nachmittag mit Ihrem Chef gesprochen. Aha, was hat er gesagt? Er brauche heute Nacht alle verfügbaren Kräfte zum Schutze des Lords. Des Lords! Dem habe ich was erzählt. Aber eine Wache hat er nicht geschickt. Ich denke, das sind Sie. Nicht direkt, Milady. Nicht? Müssen Sie ebenfalls den Lord schützen gehen? Nein, Milady, ich komme gerade von Herrick Castle. Ach, wer sind Sie überhaupt? Bitte, Milady, hier meine Karte. Kriminal Sergeant Falk. Kriminalpolizei? Für Redford Castle als Wache? Aber junger Mann, das war doch nicht nötig. Ein einfacher Polizist hätte es auch getan. Ich bin auch kein Wachmann. Nein? Weswegen sind Sie dann gekommen? Ich brauche Gewissheit. Hier? Auf Redford Castle? Tja, Milady, die Vorfälle bei Ihrem Nachbarn weisen in eine Richtung... Wollen Sie sagen, ich hätte etwas mit den Vorfällen bei meinem Nachbarn zu tun? Indirekt schon. Junger Mann! Ich werde mich beschweren. Ich werde den Yacht anrufen. Ich werde... Das wäre nun wieder sehr ungerecht, Milady. Wenn ich Gewissheit habe, sind Ihre Diamanten gerettet. Gerettet? Vor wem? Erst beschuldigen Sie mich und dann erschrecken Sie mich zu Tode. Was ist mit den Redford Diamanten? Ich hoffe, Sie liegen immer noch in den Vitrinen im Saal nebenan. Wie reizend von Ihnen, das zu hoffen. Wo sollen Sie denn sonst sein? Kaum, dass die Polizei den Rücken kehrt, geht's los. Nun sagen Sie doch etwas und schweigen Sie nicht pausenlos. Aber, Milady, ich will Ihnen ja gerade erklären... Dann beginnen Sie doch endlich. Auf Harry Castle scheint man sich sehr für Ihre Diamanten zu interessieren. Die Harrys haben den Kanal nie vollbekommen können. Jedenfalls ist man so interessiert, dass man dafür gesorgt hat, die Polizei von Redford Castle abzuziehen, um ungestört einsteigen zu können. Setze ganz still. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr lange zu warten. Worauf denn? Um Gottes Willen, ist das spannend. Ach, so stelle ich mir einen Krimi vor. Keinen Laut, Milady. Man ist schon gekommen. So habe ich mir das vorgestellt. Was passiert denn da draußen? Ach, wir müssen hin. Noch einen Moment. Man ist jetzt vor Ort und rafft die Steine. Aber dann müssen wir doch. Ach, nur noch die kleine Wumme. Das sieht besser aus. So müde wie jetzt rasch. Genau wie ich mir das dachte. Bleiben Sie stehen. Legen Sie die Tasche ab. So. Und jetzt die Hände etwas höher. Professor Rowland. Das war Ihnen also aufgefallen, Sergeant Falk. Es war zu auffällig, Chefinspektor. Alle konnten irgendwie verdächtigt werden. Da habe ich mich auf einen konzentriert. Und warum? Weil der als einziger nach der Polizei rief. Und das, obwohl er als Parapsychologe auftrat. Er war nicht einmal Parapsychologe? Keine Spur, Chefinspektor. Das stand sofort fest. Wer Gespenster mit der Polizei bekämpfen will, glaubt nicht an Gespenster. Aber dadurch ist er nicht verdächtig? Dadurch noch nicht. Aber warum, habe ich mich gefragt, will dieser Rowland unbedingt die Polizei nach Herrick Kassel haben? Und warum wollte er? Weil dann Redford Kassel ohne Bewachung bleiben musste. Dort aber lagen die Diamanten aus. Und die waren ohne sonderliche Sicherung ausgestellt. Alle wussten davon. Die Diebstähle bei Lord Herrick aber, die hat also der Geisterseher inszeniert. Natürlich. Damit konnte er dem Spuk ein wenig nachhelfen, sich die Steine aneignen und zugleich, das war das Wichtigste, den Lord erschrecken. Er musste ihm jetzt nur noch einreden, dass die Polizei ihn vor dem Fluch retten könne. So wie ich den alten Fuchs jedoch kenne, hatte er es nicht geglaubt. Das, Sir, war allerdings in der Tat schwer, den Lord zum Hilferuf an die Polizei zu überreden. Da hat es massiver Morddrohungen bedurft. Mord? Auch das noch, Sergeant. Da waren Sie ja ganz in Ihrem Element. Es war ein Anschlag auf den Reisebüro, Chef. Aber der Lord hat es auf sich bezogen. Wenn es in Ihren Kremis auch so durcheinander geht, Sergeant, darf ich mich freuen, Sie nicht gelesen zu haben. Ja. Warum denn ein Anschlag auf den Amerikaner? Der war für Roland eine ganz und gar unerwartete Gefahr geworden. Meckerman nämlich kannte ihn. Er hat es mir erzählt. In den Staaten hatte Roland mit Edelsteinen gehandelt, oder besser gesagt, er hatte damit dunkle Geschäfte gemacht. Und Meckerman ist ja Sammler und hatte mal mit ihm zu tun. Roland konnte sich nicht darauf verlassen, dass Meckerman ihn quasi für einen Doppelgänger hielt. Und deshalb ließ er die Bronzefigur des blutigen Richard auf ihn fallen. Na schön. Der Lord musste also annehmen, der Anschlag hätte ihm gegolten. Abwegig wäre das nicht. Ja, wenn Sie das auffallende Jackett dieses Meckerman gesehen hätten. Der war nicht mit seiner Lordschaft zu verwechseln. Und wenn Herrick nun ebenso gedacht und nicht nach der Polizei gerufen hätte. Dann, Chefinspektor, hätte sich Roland wieder etwas Neues einfallen lassen müssen. Verbrecher und Kriminalautoren dürfen nicht um neue Tricks verlegen sein. Ja, ja, Sergeant. Kommen wir zum Wesentlichen. Chefinspektor. Sie haben immerhin einen Mann gefangen, der von Interpol seit Jahren gesucht wird. Sie haben einen aufsehenerregenden Diebstahl verhindert. Ich rechne es mir zur Ehre an, Chefinspektor. Da meinen Sie also, jetzt würde der Jard gleich... Oh, meine Beförderung? Sergeant Falk, hören Sie zu. Ja, Chefinspektor. Sie haben sich, als es hart auf hart ging, als Kriminal Sergeant Falk ausgewiesen. Ist das so? Jawohl, Chefinspektor. Obwohl Sie im Urlaub waren. Ja, die Umstände... Und obwohl ich Ihnen dringend, ich wiederhole, dringend geraten habe, Ihr Pseudonym nicht zu lüften. Chefinspektor, die Umstände zwangen mich... Die Umstände, ja. Die Umstände haben uns einen Brief von seiner Lordschaft ins Haus gebracht. Worin er sich bedankt? Es war nur meine Pflicht, Sir. Worin er sich beschwert. Und zwar massiv. Ich weiß genau. Ich hatte Ihnen gesagt, seine Lordschaft ist sehr einflussreich. Eine Beschwerde? Allerdings. Und Lady Redford hat sich der Beschwerde angeschlossen. Nein. So viel Undank gibt's nicht. Ihre Aktionen waren wohl etwas zu turbulent. Jedenfalls hat der Reisebürokönig keines der Schlösser gepachtet, sondern ist in die nächste Grafschaft gereist. Und da geht es um blanke Dollars. Mensch, verstehen Sie nicht. Machen Sie bloß keinen Urlaub mehr bei einflussreichen Leuten. Eine Beschwerde. Ich musste Ihretwegen zum Chef. Nein, Ferg. Nein. Sie werden ewig Sergeant bleiben. Nein, Ferg. Nein. Sie werden ewig. Nein, ich bin ein. Sie werden ewig.